Ja, hallo Freunde der Nacht. Ich muss mir das wieder leise stellen. Es ist lang her, wo ich Pflanzen vs. Zombies gespielt habe. Bestimmt schon zwei Monate her. Und ich würde mir sagen, wir fangen an, wenn wir da an. Ich mache jetzt heute nur eine kurze Aufnahme. Da ich diese Folge eigentlich gleich hochladen möchte. Was fragen wir als erstes? Natürlich diese... Das ist alles. Das brauchen wir dann. Das brauchen wir dann. Die Tauchen. Was könnte ich denn noch mitnehmen? Frosten. Die sind eigentlich ganz gut. Die sind natürlich auch sehr teuer. Auf jeden Fall nehmen wir den mit. Den, den. Die Mine. Die Mine. Soll ich die Mine mitnehmen oder soll ich das mitnehmen? Komm, ich nehme die Mine mit. Und los geht's. So, also jetzt fangen wir dann mit der Sonnenblumen an. Dann müssen wir dann... ...nach und nach dann diese... ...nach und nach... ...die Seerosenblätter... ...aufbauen. ...die Seerosenblätter... ...abern... ...aber... ...wir warten erst mal... ...bis wir mit dieser Seerosenblätter anfangen. Weil das dauert eigentlich in der Mitte immer etwas bisschen länger. Ich glaube, die ersten Schwörer kommen, glaube ich, bei der ersten Farbe erst. Deswegen... ...warten wir noch. Oder soll ich schon mal anfangen? ...neee... ...das kann ich nicht warten. Fangen wir dort an. Liebe, verteilen wir mal die Sonnenblumen. Dann sehen wir weiter. Schwer. Ich muss das eigentlich auch sparen. Aber ich muss sowieso jetzt gleich dieses Seerosenblatt jetzt einsetzen. Damit ich jetzt mal eine andere Reihe mit... ...mit Sonnenblumen halt quasi ausstellen kann. Weil das ohne... ...sieht doch ein bisschen schlecht aus. So, jetzt fangen wir mal einfach mal... ...fangen, glaube ich, erst mal mit der Verteidigung an. ...und dann fange ich hier hinten an. Dann kommt das hin. Dann kommen wir erst... ...schwinde... ...ähm... ...ich will noch einen... ...sehe, wo sie bleibt, will ich noch hier hin. ...und dann... ...fangen wir dann langsam an. Ah, jetzt kommen schon die ersten Schwimmer. Das erste... ...ja, ich muss doch... ...ich muss vielleicht doch ein bisschen schneller machen jetzt. Weil jetzt kommt ein ganzer Schwung. Und ich habe noch keine richtige Verteidigung aufgebaut. Ach, da ist schon einer, der so stärker ist. Aber egal. Ich muss nur so erledigen. ...warte mal, da fangen wir mal jetzt... ...so und so an. Oh, das war jetzt... ...bisig knapp jetzt. Na gut, egal. Hauptsache, der Kopf ist schon mal ab... ...und dann stippt er in der Rest. Ich habe ihn natürlich schlecht platziert. Aber egal. Normal müsste ich den da hinsetzen. Weil der deckt... ...naja, gleich drei Stück an... ...ab, also nicht an... ...für... ...komm, wir können nochmal wechseln. ...und dann setzen wir für den hin. So, der taucht dann einfach nur ab... ...und das macht man halt so. Guck, so und weg. Dann holst du schon mal diesen Schwan. Schimmert es da hin. Mal ist es immer ein Wechsel, ne? Ne, das ist schon richtig. Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen... ...aufpassen. Komm, ich sitze da noch ein hin. Ist ja egal, ich habe so genügend von diesen Energie. Das ist doch, denke ich, jetzt schnulli-pulli. Hauptsache, die sterben alle und... ...und... Beim Dave heißt er, glaube ich. Das kann man dann wechseln, das dann quasi... ...so ne Art... ...ja, so ne Art... ...meer für Wasser. Oder es ist nicht so, genau so ein Poolreiniger. Und dann passiert dann so, dann kann er nicht die ganze Line... ...also wenn da mehrere Monster sind, dann gleich auf einmal daneben. Im Rasenmäher sieht es halt so aus. Du hast da nur ein... ...zummelwurst halt damit erledigen kannst. Und die anderen... ...ja, leben dann noch am Ende. Und das ist dann natürlich schlecht. ...und da noch einen hin. So, die letzte... ...der letzte Kampf. Es muss showdown. Gut. Na gut, ich komme jetzt nicht und dann, das ist gut, aber auch so. Ich habe doch keiner draufkommend, nur ein bisschen gesprengen. Das ist eine ganz gute Pflanze. Die ziehen dann quasi die Opfer dann quasi ins Wasser und so ertränken sie halt. Jo. Wie ich schon gesagt habe, das wird nur ganz kurze Aufnahmen, weil ich mischte halt... ...ich mischte halt diese Aufnahmen so schnell wie möglich hochladen und dass dann wieder was Neues habe, weil ich hier doch... ...ja, seit zwei Monaten nichts mehr von diesem Spiel hochgeladen habe. Und, jo. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.